Wie Sie ja schon längst wissen, können Sie in Wabi Profi 3 sehr, sehr viel voreinstellen. Und diese Voreinstellungen helfen Ihnen, gewisse Dinge oder gewisse Aufgaben dann leichter zu definieren. Dabei stellt Ihnen ja Wabi Profi 3 sehr, sehr viele flexible Informationseingaben zur Verfügung. In diesem Fall schauen wir uns mal über Administration die Portodefinition an. Bei der Portodefinition können Sie Ihre Lieferfirmen eintragen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung für DHL. Adressen, Kundennummer, bla bla bla, speichern. Dann sagen wir noch, bleiben wir bei D, bleiben wir bei DPD, speichern wir auch. Und natürlich bei UBS und so weiter und so fort. Jetzt machen wir noch Werbung für Hermes und E-Logs und das war es dann. Okay, nun haben wir unsere Lieferfirmen. Sie können nun den jeweiligen Lieferfirmen Preise zuweisen. Das heißt, Sie können sagen, Sie wollen der Lieferfirma DHL, machen wir DHL, Preise, eine neue Preisart zuweisen. Was ich sage, Paket. Keine Ahnung, was kostet es. 6,90 Euro und mehrwertsteuerneutral, glaube ich. Dann gibt es auch noch ein Päckchen, oder? Päckchen, was kostet es? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach mal, bitte nicht schlagen. 4,90 Euro. Und auch mehrwertsteuerneutral speichern. Genauso können Sie jetzt natürlich mit den anderen Firmenverfahren, dass Sie sagen, nein, ich will jetzt keinen anlegen, dass Sie sagen, Sie gehen jetzt auf UBS, Sie gehen dann auf Preise und Sie können nun für UBS Ihre dementsprechenden Versandpreise hinterlegen. So, dieses Hinterlegen von Versandpreisen ist ganz cool, denn Sie können jetzt eine, wir machen jetzt einfach mal eine Rechnung erstellen. Und zwar, wir verkaufen einfach mal zwei Artikel, wählen natürlich einen Kunden aus und sagen, Sie zahlen, Rechnung. Wenn wir nun auf Versand gehen, das heißt, hier können wir auf Porto klicken. Wir haben nun unsere Lieferfirmen zur Auswahl. Wir könnten dann sagen, pass mal auf, ich will jetzt das Paket oder das Päckchen übernehmen. Jetzt passen Sie auf, 6,90 Euro, Versandpreis übernehmen. Nun haben wir hier den Versandpreis von unserer hinterlegten Definition. Das ist total einfach, das ist total easy und wirklich, wirklich leicht zu händeln.